Willkommen zum COD-Cast, dem Call-of-Duty-Podcast. Wir reden hier viel über MWZ, den neuen Zombie-Modus, MW3 und Call-of-Duty DMZ. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute den Co-Kommentator dabei zu haben. Mebason ist am Start. Herzlich willkommen erstmal. Hallo, hallo, hallo. Ja, auch von mir. Herzlich willkommen hier bei dem neuen Projekt, das wir haben, den COD-Cast, den COD-Podcast, wo der Erik schon eine wunderbare Einleitung gegeben hat. Und ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ich mich auch. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal beide einmal komplett vor. Ja, fang du doch an. Wie kommst du überhaupt zu COD? Beziehungsweise, ja, du bist ja jetzt im deutschsprachigen Bereich auch extrem bekannt, muss man sagen, für deinen Zombie-Content. Ich glaube, das ist ja das, was dich ja auch sozusagen auf YouTube ja auch bekannt gemacht hat. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Ja, also ich habe relativ spontan angefangen mit dem ganzen YouTube-Zeug. Es war immer mal ein Traum von mir gewesen. Ich habe damals bei Black Ops 1 angefangen mit COD. Damals noch ganz entspannt Splitscreen gezockt mit meinem Bruder. Und dann hat man schon die ersten YouTuber geguckt. Damals Commander Krieger, Dr. Kabum und wie sie nicht alle heißen. Also ich bin schon sehr, sehr lange dabei, obwohl ich da sehr jung war. Und ich habe dann eben mit dem Start von Cold War angefangen, ja, Content zu machen, weil ich endlich mal ein PC hatte, eine Möglichkeit hatte aufzunehmen. Und habe dann, ja, direkt mit dem Zombie-Modus angefangen, weil der mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ich habe gar nicht gesehen, dass viele Leute da was hochgeladen haben. Vor allem die Tarnungen habe ich gegrindet. Und da gab es keine Tutorials. Und dann dachte ich mir, probiere ich es mal aus und lade da mal so ein paar Tutorials hoch. Und irgendwie hat es dann relativ gut funktioniert. Entschuldige, ganz kurz. Weißt du noch, wann das ungefähr war? In welchem Jahr? Also, dass du dann die ersten Sachen hochgeladen hast? Das war mit Cold War. Also es ist 2020 rausgekommen. 2020, so, ja. Okay, ja, ja. 2020 ist es rausgekommen. Und mit dem Start habe ich dann mein erstes Video gemacht über Skill-Waste Matchmaking, was gar nicht mehr auf diesem Kanal ist, weil das ein bisschen cringe war, das Video. Aber mein zweites Video, das hat tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten 10.000 Aufrufe generiert. Wow, okay. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte. Das ist sogar noch auf YouTube. Und so fing es alles an. Und dann habe ich gemerkt, okay, Zombie ist es für mich. Und so hat sich dann dieser Weg, ja, geebnet sozusagen. Sehr cool. Das sind auch schon viele Jahre jetzt, ne? Also, das ist schon krass. Bei mir ist es sogar noch ein bisschen früher. Ich habe nicht mit COD angefangen, sondern mit Mobile, also mit Handyspielen. 2016 war das, oder 2017 auf Twitch, ne? Ja, und dann über Berg- und Talbahn bin ich dann 2023 auf YouTube gewechselt. Und da dann DMZ gespielt seit dem ersten Tag, weil ich damals auf diese X-Faction-Looter-Shooter-Schiene gefahren bin. Vorher viel Escape from Tarkov gespielt und auch gestreamt auf Twitch. Und dann dieser Wechsel auf DMZ, das hat unglaublich Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Und das ist jetzt fast ein ganzes Jahr am Laufen. Und jetzt beginnt ja mit MW3 sozusagen die nächste Ära. Und das ist dann die MWZ. Und das ist ja auch im X-Faction-Loot-Shooter-Stil gehalten. Wobei die DMZ, so wie es aussieht, ja ein bisschen eingefroren wird, ne? Ja, aber es lebt weiter in der MWZ. Das ist momentan ein Stand, ne? Und ich erinnere mich noch, wie die Leute damals gesagt haben, boah, wäre das nicht cool, wenn man in der DMZ Zombies hätte? Ich weiß noch, das war am Anfang schon. Das habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt. Ja, das haben viele gesagt. Und jetzt haben wir es eigentlich so, ne? Jetzt ist es so. Was würdest du sagen? Also jetzt, wo es wirklich so kommt, würdest du sagen, ja geil, Traum geht in Erfüllung oder sagst du, boah, nee, soll ich mir jetzt auch nicht vorgestellt? Ja, also ich hatte immer den Traum von einem Open-World-Free-to-Play-Zombie-Modus. Ja. Ich war natürlich auch immer Fan vom rundenbasierten Modus. Aber ich muss auch zugeben, dass ich diesen Open-World-Modus oder auch den Outbreak-Modus sehr gemocht habe und auch diese neue Art von Zombies sehr gemocht habe, was natürlich bei der alten Community oder Old-School-Zombie-Community überhaupt nicht gut ankommt. Aber ich habe mir das immer gewünscht und ich habe ja sehr viel Videos über Leaks und Updates, habe ich ja sehr viel drüber mich selber informiert. Und ich wusste, dass irgendein Projekt ansteht in der Zukunft. So ein Sandbox-Modus wurde immer gesagt. Und dass es jetzt schlussendlich dann dieser DMZ-Zombie-Modus wurde, ist für mich natürlich irgendwo zu erwarten gewesen, aber auch eine extreme Freude, weil ich die ganze Zeit gehofft habe, dass so ein Modus kommen wird. Denn ich weiß, dass der Zombie-Modus mein Main-Fokus ist. Und ich habe jetzt mit Vanguard fast zwei Jahre drauf gewartet, weil Vanguard kam ja nicht wirklich gut an. Und es war wie ein totes Jahr Zombies. Und MW2 hatte ja auch kein Zombies. Und für mich ist es natürlich extrem, extrem nice, dass dieser Modus ansteht. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch damals gesagt, wäre das nicht cool, aber dass es jetzt so gekommen ist, ist absolut überraschend. Und ja, worüber jetzt viele Leute diskutieren, ist ja gut, super, die Zombies kommen. Aber der PvP geht. Und PvP ist natürlich ein Grundbestandteil in der DMZ. Das macht ja den ganzen Reiz aus, dass man das Risiko hat, alles zu verlieren, zu sterben. Dass man eben nicht kontrolliert, ja, die Bots und die KI im Auge hat. Sondern ja, der Spieler, der menschliche Spieler ist ja unberechenbar. Und genau das hat es immer ausgemacht. Ja, das muss ich auch sagen. Ist mir heute auch noch mal bewusst geworden, wie schade es eigentlich ist, dass dieser Aspekt rausgenommen wurde. Natürlich passt das nicht so gut mit den Zombies. Aber das hat DMZ wirklich ausgemacht. Dieser Thrill, den man hatte, zu überleben, wenn andere Spieler da sind. Das werde ich absolut vermissen. Also das ist halt ein Grundbestandteil. Auf der anderen Seite habe ich halt schon gehört, dass die ganzen Zombie-Modi vorher, da gibt es ja selten oder es gab, glaube ich, sogar noch nie Schusswaffen. Also dass Gegner mit Schusswaffen rumgelaufen sind. Korrigiere mich. Außer bei Vengard, da gab es den Sturmkrieger und der war absolut nervig. Ach, der mit dem Maschinengewehr, ne? Genau, der Juggernaut. Ja, ja, ja. Also da haben sie neue Sachen probiert. Die nicht gut ankamen? Nee. Da gab es auch noch einen weiteren Bossgegner. Ganz schnell, ganz schlimm. Zaballa hieß die. Zaballa? Zaballa, das war das Schlimmste. Also bei Vengard haben sie so viel falsch gemacht, das ist unglaublich. Deswegen können sie eigentlich jetzt gerade nur so viel gut machen. Ja, und jetzt habe ich mir so gedacht, okay, aber jetzt kommen ja trotzdem ja die Schusswaffen ins Spiel. Und es ist ja so, du treibst ja normalerweise diese riesigen Zombie-Horden hinter dir her. Und jetzt ist es plötzlich so, dass da Schusswaffen mit drin sind, die vielleicht dieses Sammeln von Tausenden von Zombies ja irgendwie stören, oder? Also ich stelle mir das schon schwierig vor. Ja, auf der einen Seite klar, aber wir hatten das auch bei Outbreak, dass wir Bossgegner hatten wie ein Megatron, ein Mängler und noch den, ich glaube, diesen Hexer, der in der Luft war, die alle halt auch irgendwo dich abgeschossen haben mit irgendwelchen Projektilen. Und das hat dann auch funktioniert. Das, was ich ein bisschen seltsam finde, ist halt diese Kombination aus Zombies und AI, also irgendwelchen Bots, die dich dann noch abschießen, vielleicht noch irgendwelche Boss-Bots, davon soll es ja auch sehr viele geben. Also ähnliche Bossgegner wie in der DMZ. Das weiß ich noch nicht, wie ich das finden werde, aber ich denke, dass man nicht so sehr oder nicht so häufig auf beides trifft, sondern wenn, dann auf Zombie-Horden und dann auf einzelne AI-Horden oder halt ab und zu mal auf das Zusammenspiel. Aber hauptsächlich wird man dann diese normalen Zombie-Horden haben, so wie es auch in Cold War und ja, in Outbreak war. Ja, da gibt es ja diese ewig geilen Szenen, wo du da rumläufst und Tausende, also Tausende ist übertrieben, aber Dutzende Zombies hinter die Herren, das sieht schon krass aus. Also das ist schon, glaube ich, dieses alte Feeling. Das ist halt das große Problem, was dieser Modus hat. Also ich finde, es hat sehr, sehr viel Potenzial, weil man diese Open World hat, diese Aspekte, diese positiven Aspekte von DMZ genommen hat, also die Mission, diese Langzeit-Motivation, die ich finde, der Zombie-Modus nicht unbedingt hatte immer. Das einzige Langzeit-Motivierende war, einen High-Round zu schaffen und halt die Tarnungen zu ergrinden und die Easter Eggs zu machen. Aber Easter Eggs mehrmals machen, fand ich persönlich nie so interessant. Und einmal eine High-Round machen, ist cool, aber danach war ich nicht der Fan davon, immer wieder High-Rounds zu machen. Das ist auch mega anstrengend, ne? Ich meine, das geht ja so viele Stunden. Ja. Ich überlege, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, da ging eine Runde, glaube ich, vier, fünf Stunden. Und dann die Jungs so, ja, schnell, cool, nochmal eine Runde. Ich so, was ist cool, was noch eine Runde? Ich bin fertig. Da geht gar nichts mehr. Und auch am nächsten Tag hatte ich nicht unbedingt Lust, da wieder reinzugehen. Und wenn so Runden so kurz sind, ist natürlich die Motivation nochmal eine andere, ne? Stell ich mir auch mal anders vor, ja. Kann so und so enden, ne? Ja, ich höre oft in den Kommentaren, dass die Leute das nicht gut finden, dass es maximal eine Stunde ist. Definitiv. Aber dadurch hat man nochmal mehr Möglichkeiten, dass jede Runde sich anders anfühlt, dass man immer andere Ziele hat. Und das fand ich an dem DMZ-Modus so gut, dass man halt immer wieder was Neues machen konnte, woanders startet und nicht immer diesen gleichen Ablauf hat. Weil man im Zombie-Modus, bist du ja in die Runde gegangen, hast immer dasselbe gemacht. Du hast dir immer sofort Juggernaut geholt, dann hast du dir die anderen Perks geholt, Pack-a-Punch und dann warst du erst in der Runde 20, hast 50 Minuten gespielt und dann konntest du langsam in deinen High-Round gehen, ne? Ja. Das hast du jetzt nicht mehr. Du kannst direkt in die mittlere Zone reingehen, theoretisch. Also wer das nicht kennt, wir haben ja diese drei Zonen, die Außenzone, die lockerer ist, mittlere und innere Zone. Und die innere Zone ist ja sozusagen Tier 3, da sind ja die High-Level-Gegner. Und da kannst du ja, wenn du mit einem voll aufgerüsteten Operator in die Runde reingehst, direkt reingehen. Du hast dieses ganze vorgeplinkelt nicht mehr. Ja, erstmal hochleveln, fünf Karten schaffen, Perks sammeln, das ist ja alles gar nicht mehr der Fall. Selbst die Perks nimmst du mit. Das Einzige, was du nicht mitnimmst, soweit ich weiß, ist das Pack-a-Punch-Update. Das musst du ja immer wieder neu machen, ne? Pack-a-Punch muss man immer neu machen. Ja, Pack-a-Punch verlierst du, wenn du aus der Runde rausgehst. Also theoretisch musst du nochmal Pack-a-Punch 1 und 2 machen. Und dann in der dritten Zone die 3 holen, ja. Behält man die Perks eigentlich? Es heißt ja, wenn du stirbst, behältst du sie in der Runde. Ob du sie jetzt außerhalb der Runde behältst. Ich weiß, dass es für das war ein bisschen zu weit, aber du hast ja diese Baupläne in der MBZ. Du kannst ja Baupläne rausholen und dann Waffen craften und mit reinnehmen. Also, dass du eine Superwaffe zum Beispiel in deiner Basis baust und mit der dann in eine Runde reingehst. Und genau dasselbe geht auch mit Perks. Es gibt Baupläne für Perks. Hast du eine Dose, was gibt's da? Juggernaut. Ja, Juggernaut. Dass du wahrscheinlich so einen eigenen Automaten in der Basis hast oder sowas Lustiges. Keine Ahnung. Dann ziehst du dir eine Dose und trinkst dir eine Juggernaut und gehst damit dann in die nächste Runde rein. Genau, ja. Dadurch, dass es das gibt, glaube ich, dass du die immer neu machen musst. Aber das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht häufig down gehen im Normalfall, weil du nicht diesen PvP-Aspekt hast. Dementsprechend muss man das ja irgendwie so anpassen, dass es nicht zu einfach wird. Weil wenn du permanent nicht down gehst und ich bin im Zombie-Modus nie down gegangen, wenn man sich einmal so dran gewöhnt hat, dann wärst du ja die ganze Zeit Full Perks ausgerüstet und könntest die ganze Zeit in die High-Alert-Zone gehen. Das wäre natürlich ein bisschen zu einfach. Ja. Dann werden wir sehen, wie das kommt. Aber schon mal geil, dass du direkt reingehen kannst. Und da wissen wir ja, dass da die großen Bosse sind. Da gibt's ja schon Videomaterial, wie dann die ewigs großen Viecher dann in diesen Endzonen sind, ne? Jetzt auch mal meine Frage an dich. Es ist ja die Rede jetzt auch von einem Weltenboss, der in der dritten Zone sein soll. Das ist noch ein bisschen unklar. Es gibt ja einmal so den Punkt, dass man, wenn man die letzte Extraktion nimmt, dass dann ein besonderer Boss kommt. Dann bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das, genau, der Wurm, ob das jetzt auch der Weltenboss ist. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Also es wurde so ein bisschen geteased. Das war ja der letzte Frame von dem Reveal-Trailer. Ja, genau. Die sind Wurm gesehen. Und die Rede ist eigentlich davon gewesen, dass das der Worldboss ist, also dieser Exfil-Boss. Okay. Aber es kann ja noch immer sein, dass da irgendwelche Bosse hinzugefügt werden. Ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie den Order zurückbringen. Das wäre auch ein super Weltenboss sozusagen. Pflicht-Boss. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das stelle ich mir halt super vor. Aber das wäre so cool, wenn der kommen würde. Das wäre so cool. Ja, ja. Das wäre immer episch. Ich wäre mir über die Map gestampft und so. Das ist Wahnsinn. Du kannst ja auch jetzt mit bis zu sechs Spielern dann in den Nine-Squad gehen. Ja. Also du kannst mit einem Dreier-Squad reingehen und dann ein weiteres Dreier-Squad hinzufügen. Warte mal kurz. Ist das sicher, dass man nur mit einem Dreier-Squad reingehen kann? Bis zu drei kannst du reingehen. Ist das sicher? Ich hoffe immer noch, dass man mit vier reingehen kann. Vier wäre auch gut. Und ich hoffe, es gibt auch eine Möglichkeit, dass man irgendwie mit den ... Oder wenn man gleichzeitig sucht mit anderen Spielern, dass man auf die gleiche Map kommt. Ja. Weil wenn man schon die Möglichkeit hat, mit bis zu sechs Spielern zu spielen, wäre es cool, wenn man das irgendwie mit seinen Freunden dann macht. Das ist es. Ich würde so gerne mit sechs Leuten reingehen. Und mit Zuschauern und so. Zack, reingehen und eine Runde. Das wäre so geil. Deswegen so diese drei ... Das ist irgendwie so ein Beschneiden irgendwie von den ... Ich weiß, es ist unnötig irgendwie. Eine Sache, die halt da auch noch sehr, sehr schade ist, ist halt die Solo-Möglichkeit. Ach ja. Das ist auch noch mal ein großes Problem, was dieser Zombie-Modus hat. Du kannst halt nicht mehr alleine solo in den Zombie-Modus gehen. Okay, du kannst es schon alleine in den Zombie-Modus gehen, aber es ist immer online. Das ist eine Sache. Man kann nicht Pause drücken. Man kann nicht Pause drücken. Und der Zombie-Modus ist halt auf drei Spieler mindestens ausgelegt. Ja. Dementsprechend ... Das ist einfach dreimal so schwer. Aber für mich persönlich, ich mag solche Herausforderungen. Ich auch, ja. Deswegen werde ich das auch gerne nutzen. Aber das ist auch eine Sache, was viele Leute ein bisschen abschreckt. Ja, weil viele, glaube ich, auch früher immer solo reingegangen sind. Gerade Cold War, also Outbreak. Outbreak, ich glaube, das war auch sehr, sehr solo-beliebt, dass die Leute da solo reingegangen sind, Pause gedrückt haben, Käffchen getrunken haben. Ich glaube, mit Outbreak wurde es mehr zu einem Multiplayer oder mit mehr Spielern. Okay. Aber grundsätzlich der rundenbasierte Modus, da haben viele Leute versucht, alleine reinzugehen, jeder in seinem Tempo. Aber Outbreak hat es halt möglich gemacht, dann mit mehreren Spielern reinzugehen. Okay, man konnte es auch schon vorher, aber ich glaube, dadurch war die Bereitschaft, mit mehreren Leuten zu spielen, nochmal größer, weil man eine größere Map zur Verfügung hatte. Und ich glaube, das passt natürlich auch für den Modus, dass man mit mehreren Spielern reingeht. Aber wir Zombiespieler spielen halt gerne alleine. Ja, da werden die alten Vibes aus der DMZ auf jeden Fall wiederkommen, wenn wir dann in Platoons reingehen können mit sechs Leuten. Was ja teilweise nicht so gut geklappt hat oder nicht so gut ankam. Aber jetzt in der LMWZ ist es, glaube ich, wieder Zeit für größer Teams. Ich bin immer sehr gespannt, ja. Ich hätte da auch noch eine Frage an dich als DMZ-Spieler. Wie ist es dann für dich, dieser Switch als eigentlich Extraction-Loot-Shooter-Spieler, dann auf einmal jetzt in diese Zombie-Horden reinzugehen, ein ganz anderes Spielgefühl? Wie ist das für dich? Freust du dich drauf? Ja. Also ich denke erst mal, die MBZ ist kein richtiger Extraction-Loot-Shooter mehr. Ich nenne es dann noch so, aber dadurch, dass PvP nicht drin ist, man muss ganz ehrlich sagen, es ist kein hundertprozentiger Extraction-Loot-Shooter mehr. Wenn PvP drin wäre, dann ja. Aber trotzdem ist es so, dass mir Cold War auch Ultra, also Outbreak, ultra viel Spaß gemacht hat. Und in der DMZ die Sachen zu entdecken, zu spielen, wie man will. Du läufst ein bisschen rum, guckst die Natur an, machst irgendwelche Kills oder Missionen oder, oder, oder. Du kannst ja auf so viele Arten dein Ziel erreichen und dann rausgehen. Und dass das jetzt in der MBZ genauso ist mit vielleicht noch viel, viel mehr Dingen. Also mit mehr Möglichkeiten. Möglichkeiten, wenn ich, ich hab dein Video gesehen, du hast ja ein Video rausgehauen mit Kamos, die man freischalten kann. Äh, was man alles braucht, bis Gold, vier Herausforderungen bis Gold. Dann brauchst du alles auf Gold, um die Platin zu starten. Dann die Platin, brauchst du alles auf Platin, um Polyatomat zu starten und so weiter, wie im Multiplayer, ne? Aber alles im Zombie-Modus. Allein dieser Grind, der schon so krass ist, allein dafür verbrauchst du ja schon ordentlich viel Zeit. Und dann kommen ja noch dazu, dass du vielleicht Sachen leveln musst. Vielleicht muss man die Perks leveln, vielleicht müssen wir wieder Munitionslevel upgraden, ne? Waffen-Upgrades. Also da wird's ja auch viel geben, auch aus der DMZ übernommen, was wir da alles upgraden konnten. Äh, Zeitdauer für Raketenstationen und sowas. Sowas ähnliches wird sich ja auch wieder kommen. Ähm, und dazu kommen noch die Waffenlevel an sich. Die jetzt nicht wie in MB2 nur bis Level 20 gehen, sondern bis Level 30, 31. Und in der Beta hat das Level auch noch super lang gedauert im Vergleich zu MB2. Gut, war vielleicht Beta. Aber, äh, trotzdem, wenn man alles zusammenzählt, das ist so viel, dass ich mir dann sage, okay, wenn wir das, weil früher haben wir es ja teilweise im Multiplayer gemacht. Ein Teil im Multiplayer, ein Teil in der DMZ. Und jetzt sieht es so aus, dass du alles in MBZ machst. Ich meine, du wohnst irgendwann da drin und du hast eine Million Aufgaben und weißt gar nicht mehr, wie du das alles schaffen sollst. Das ist natürlich geil. Also, ich glaube, der Content ist sehr, sehr, sehr lang für uns, ja. Ja, und da sehe ich halt auch so dieses Riesenpotenzial in diesem Modus. Die Möglichkeiten sind endlos. Wir haben endlos viel zu grinden. Alleine der Tarnungsgrind würde ewig dauern, aber wenn da noch Missionen hinzukommen, dann diese Story-Missionen, ähm, wir haben so viel zu grinden. Man kann die MB2-Waffen sogar dann auch noch auf, ähm, dunkel, ich nenne es jetzt mal Dunkeläter grinden. Ja. Zusätzlich, wir haben in MB2 ja super viele Events bekommen und diese, ich denke mal, in MB3 werden genauso viele Events dazu kommen und dann hat man jedes Mal wieder was zu grinden, sei es ein Trophy-Hunt-Event. Ja. Oder jetzt dieses Seelen-Event, ähm, ich denke, da wird super viel zu grinden sein und ich weiß auch selber gar nicht, wo ich anfangen soll, ob ich jetzt, ich denke, ich mach schon erst Zombies. Genau, womit fängst du denn an? Ich mach Zombies, also, ich glaub, die Leute erwarten das von mir. Ich hab da auch so lange drauf gewartet, jetzt diesen Zombie-Grind zu machen. Was heißt Zombies, äh, fertig? Also, Waffentarnungen oder? Genau. Also, ich will auf jeden Fall mit einer der ersten, wenn nicht sogar der erste im deutschsprachigen Raum sein, der sich die, äh, Zombie-Mastery-Tarnung ergrindet. Und, äh, ja. Äh, Frage, äh, war das schon immer wichtig? Also, sozusagen, im Zombie-Bereich so, äh, wie in WoW, äh, erstes Team, was weltweit die und die Map gemacht hat und so weiter? Also, für mich persönlich war es immer wichtig, aber ich glaube nicht, dass es allgemein, ähm, dieser Tarnung-Grind kam erst seit Cold war so richtig dazu. Ich glaub, bei, okay, bei Black Ops 4 gab's das auch, aber da war ich jetzt nicht so aktiv. Okay. Ähm, aber für mich persönlich war es immer wichtig, schnell die Tarnung zu ergrinden, um halt schnell einen Guide hochzuladen, um dann halt, ähm, ja, einer der Ersten zu sein, der da ein Video zu macht. Der es zeigen kann, erklären kann. Habe ich ja genauso wie, äh, genau in MW2 auch so gemacht. Ja. Ich war, glaub ich, der Erste, der so einen Orion-Guide gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand einen Orion-Guide gemacht hat, weil es ist halt auch sehr aufwendig. Ich hab nur bis zur Polyatoma, ich sag's dir direkt. Ja, und das will ich halt jetzt für, für, für Zombies und natürlich auch für den Multiplayer machen, ne? Und das ist schwierig, dann beides gleichzeitig zu machen. Aber Fokus liegt auf jeden Fall auf Zombies. Aber weißt du, ob man jetzt zum Beispiel den internationalen ersten Spieler überhaupt, der, was ich, die, äh, Dunkel-Ether-Tarnung freigeschaltet hat in Black Ops so und so, sind das bekannte Leute? Oder ist es eher nicht so, also ... Ich weiß nicht, wie es damals war, aber jetzt in MW2 zum Beispiel war auf Twitter Raidboy, glaub ich, heißt der, relativ, ähm, ähm, ja. Ja, ich erinnere mich, glaub ich, sogar auch. Hat dann den Hype bekommen, als er der erste war, der die, äh, Orion-Tarnung ergrindet hat, ähm, und relativ schnell. Und, äh, ich möchte das halt zumindest für mich in der deutschen Bubble irgendwie für den Zombie-Modus halt relativ schnell machen. Die Frage ist, werden überhaupt viele Leute das probieren, die halt auf YouTube aktiv sind? Ich glaube, nicht unbedingt. Sind nicht super viele in, in der, in der Nische, sag ich jetzt mal. Ja. Aber es kann auch sein, dass viele Leute wiederkommen, ne? Ja, ja. Also, es gibt, die Zombie-Community war riesig, ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute wiederkommen. Ja. Und, ähm, da will ich auf jeden Fall der Erste sein. Ja, ich hab auch gehört, äh, dass Cold War Outbreak die größte Anzahl von Spielern hatte, die ein Zombie-Modus jemals hatte, zu dem damaligen Zeitpunkt, ne? Ja. Also, hat er einen Peak? Ich kann's mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß nur, dass Black Ops 3 auf jeden Fall das, äh, erfolgreichste Zombie-Game war, aber halt auch über die Zeit, weil es, äh, noch dieses Zombie-Chronicles bekommen hat und relativ viele Jahre lang aktiv war. Aber für die, äh, Verhältnisse, äh, zu dem Zeitpunkt von Cold War Outbreak war es Wahnsinn. Also, es war, ähm, für, für die Verhältnisse damals auf jeden Fall riesig da, obwohl halt Cold War auch extrem gefloppt ist am Anfang, wenn man den Multiplayer betrachtet. Aber der Zombie-Modus hat im Vergleich, äh, super viel rausgeholt, ne? Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass MW3 genauso, sagen wir mal, die Möglichkeiten hat, ziemlich viele neue Leute auch, äh, an Bord zu bringen, weil es halt so casual ist, weil es so einfach ist, so leichter Zugang, kurze Runden, ach ja, machen wir mal ein, zwei, drei Runden am Abend, nach Feierabend. Hat casual geeignet, ohne Ende, muss man ehrlich sagen, ne? Was wiederum die OGs dann wahrscheinlich ein bisschen abschreckt, die dann sagen, ach, was soll das denn, ne? Leute. Das ist es nämlich, genau. Also, das Potenzial für neue Spieler ist halt riesig und es wird auch sehr viele neue Spieler anlocken. Äh, die, äh, OGs, sag ich jetzt mal, die wird's jetzt vielleicht nicht so abholen, aber sie werden's trotzdem spielen. Ja, weißt du, was auch ein Vorteil sein könnte? Wenn jetzt die OGs, die jetzt vielleicht nicht so viel Bock haben, und die neuen Leute, die jetzt alle in MWZ dazukommen, dann vielleicht im nächsten Jahr, im nächsten Teil dann zusammen den, äh, Treyarch, äh, Zombie-Modus dann spielen können, wo dann vielleicht wieder ein Rekord gebrochen wird, ne? An Zombie-Spielern. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, ich hab sehr, sehr, sehr viel, ähm, Erwartung an dieses Spiel. Ich hoffe nicht zu viel, aber die sind, also, Treyarch ist jetzt schon seit Cold War daran am Entwickeln. Natürlich haben sie Vanguard mitentwickelt, aber nur ein ganz kleines Team. Jetzt, äh, hat Treyarch natürlich auch weiterentwickelt. Sie wurden halt immer wieder für die Call of Duties mit, äh, ins Boot geholt. Aber ich glaube, die hatten auch ein neues Studio aufgemacht und, äh, sehr, sehr, sehr häufig auf Twitter nach neuen Mitarbeitern gesucht. Also, sie haben sehr viel expandiert, ähm, was die Teams angeht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit dem 2024er COD eines der krassesten Call of Duties, äh, in Sachen Zombies auf jeden Fall haben werden. Und dass sie dann auch sehr wahrscheinlich dieses Zombie Chronicles auf das, was wir schon Jahre warten, auch reinbringen, äh, in Form von Seasons oder vielleicht als DLC. Aber ich glaube nicht, dass, ähm, Call of Duty in diese DLC, ähm, ja, Strukturen wieder reingeht, sondern es wird wahrscheinlich über die Seasons alte OG-Maps geben. Also, das ist meine Vermutung, dass sie vielleicht in den Season 2 dann vielleicht, oder dass wir starten mit Kino der Toten. Dann kommt Chran sind noch dazu, dann kommen Call of the Dead. Also, die ganzen OG-Maps werden dann in dieses Spiel kommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ansonsten würden sie sehr viel Potenzial vergeuden. Ja. Ah, ich bin gespannt. Also, lass uns einen guten Start in MV3 bekommen, äh, in MVZ bekommen, ja, in MV3. Und dann, äh, ja, wir haben jetzt schon relativ lange gequatscht, ne? Aber noch ein Punkt zu, äh, Start. Die Startzeit. Da gibt's ja so viele Diskussionen. Und, obwohl Activision ja eigentlich schon alles rausgehauen hat, wann's losgeht, diskutieren die Leute ja trotzdem, wann's losgeht, ne? Was sagst du, wann können wir jetzt in MV Zombies oder in MV3 reingehen? Also, grundsätzlich wird MVZ, ähm, zeitgleich mit dem Multiplayer-Release, äh, da es online basiert ist. Also, wir können das Spiel eh nur online spielen, den Zombie-Modus nur online spielen. Dementsprechend müssen die Server auch online sein. Und die Server werden zeitgleich on gehen. Weltweit. Also, in dem, weltweit zeitgleich on gehen. Und, äh, werden in deutscher Zeit, ähm, am Freitag um 6 Uhr morgens, äh, freigeschaltet. Zumindest war es, äh, in, zu Modern Warfare 2 so, dass es am 6 Uhr morgens war. Ja, und, äh, das, was ich gehört habe bis jetzt, äh, zeigt alles auf 6 Uhr morgens. Ja. Das ist der weltweite, weltweite Release ist. Ich hab auch jetzt Bilder gesehen von 6 Uhr morgens, ich hab Artikel gelesen von 6 Uhr morgens, aber da kursiert ja diese E-Mail, die, ähm, rauskam, als die Kampagne veröffentlicht wurde. Und da läuft wohl ein Timer in Echtzeit. Mhm. Und dieser Timer läuft aus am Freitag um 18 Uhr. Und das führt halt wieder zu mega Verwirrung, dass die Leute sagen, es startet erst um 18 Uhr. Ähm, auch der, äh, In-Game-Timer oder sagen wir mal die In-Game-Ankündigung, wann was kommt, war ja manchmal eine Stunde früher oder später noch ein bisschen verschoben. Alles komisch, deswegen, also ich denke auch mit 6 Uhr sollte man auf der sicheren Seite sein. Aber, ich glaube, am sichersten sind wir, wenn wir 24 Stunden vorher im Spiel gucken, wie dort der Timer aussieht. Weil dieser Echtzeit-In-Game-Timer, der hat bis jetzt, glaube ich, immer gestimmt. Der hat gesagt, 18 Uhr, obwohl die Angaben waren, es geht erst 19 Uhr los. 18 Uhr, dann war's auch 18 Uhr. Also, ich geh stark davon aus, dass wir nochmal über Twitter von Call of Duty ein, äh, ein, zeigen, zu welcher Uhrzeit, in welchem Land, äh, die, oder zu welcher, in welcher Zeitzone, ähm, die, äh, oder MP3. Haben sie schon gepostet? Ja, ja, da gibt's schon eins. Und da steht Berlin 6, also nicht 6 AM, sondern einfach nur 6, CEST, also mitteleuropäische, äh, Sommerzeit. Es ist ja im Prinzip 6 Uhr morgens. Nee, das, das wäre tatsächlich dann sogar, äh, 5 Uhr morgens. Wobei ich jetzt halt nicht weiß, die haben das Bild, glaube ich, vor dem, äh, Zeitwechsel, Winterzeit-Sommerzeit reingehauen. Okay, ja, jetzt wird's kompliziert. Ja, ja, aber ich muss nochmal genau gucken, weil ich glaube, oben stand auch nochmal was mit Winterzeit-Sommerzeit, hin und her, ne? Genau, aber das ist das offiziellste Dokument und das sagt 6 Uhr morgens. Also, ich verstehe diesen Timer nicht in diesen E-Mails, der auf 18 Uhr, ne? Ja, und man müsste ja auch noch davon ausgehen, dass viele Spieler holen sich das Spiel an dem Tag im Laden und wenn sie dann schon spielen könnten, weil sie sich das um 12 Uhr zum Beispiel holen und die Leute, die das, äh, per Download sich vorbestellt haben, noch nicht spielen können, würde ja eigentlich keinen Sinn ergeben. Ja. Apropos früher spielen, äh, Neuseeland, wird das wieder gehen? Ähm, nicht, wenn, ähm, ein weltweiter Release stattfindet. Aber ging letztes Mal doch auch, oder? Mit weltweitem Release. Dann haben sie teilweise die Server auf Neuseeland und dann haben Leute früher angefangen. Die Xbox, stimmt. Das ist ja auch so krass. Dann kann es sein, dass es... Einfach alle vier Stunden früher. Ja, das kann vielleicht auch... Aber das geht nur auf Konsole, ne? Ne, nur am PC, so rum war das, ne? Ähm, da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf der Konsole, ich glaube, es ging auf der Xbox, wenn du die Konsole auf, ähm, ein anderes Land einstellst. Ach so. Ja, das ging aber auch nur, weil, wenn dann in Neuseeland der, äh, zehnte, elfte ist, ähm, und der Release halt an dem Tag ist, dann funktioniert das. Okay. Also, ich sag dir ganz ehrlich, mir ist das so egal. Ich fang doch nicht um zwei Uhr morgens an, dass der, ich, sechs Uhr morgens ist schon so früh. Wann gehst du denn rein? Das ist die Frage. Sechs Uhr, sechs Uhr. Du gehst sechs Uhr rein? Ich geh auch sechs Uhr rein. Klar, mitten in der Nacht, äh, Streichhölzer in die Augen und dann geht's los. Nein, ich werd schön ausschlafen, sechs Uhr reingehen, das ist wirklich das, das... Sechs Uhr abends? Sechs Uhr abends? Sechs Uhr morgens? Morgens, aber du sagst ausschlafen. Ja, dann geh ich früh ins Bett. Ich geh früh ins Bett. Das ist auch mein Plan, ja. Aber das klappt nie, leider. Weil an diesem Tag, an diesem Tag musst du abliefern oder müssen wir abliefern oder das ist mein Anspruch, äh, an mich selber. Ähm, und, äh, man muss ja viel spielen und dann noch Content bringen. Das ist die Schwierigkeit. Ja, ja. Wenn man, wenn man einfach nur zocken, zockt und, äh, grinden kann, ist es wunderbar. Wenn du dann aber noch Content machen, in Anführungszeichen, musst, aber den Anspruch an dich selber hast, dann ist es immer schwierig, das, ähm, in Einklang zu bringen. Das ist doppelt so schwer, ne? Mhm, tatsächlich. Ja. Es ist nicht immer nur ein Segen. Ja, ja. Also ich geh da noch ein bisschen entspannter ran, du hast da noch ein paar andere Dinge, die du machen musst natürlich, ne? Ich werd auch was machen, klar, logisch. Aber ich glaub, bei mir ist es noch ein bisschen entspannter, aber ich glaub, es wird trotzdem anstrengend. Weil es wird, glaub ich, sehr viel Spaß machen, wir werden da sehr viel Zeit verbringen. Und dann Videos schneiden, hör den und her, ne? Naja. Aber macht ja Spaß, ist ja eine schöne Sache, ne? Ja, ich freu, das ist wirklich, also die Release-Zeit von einem neuen Call of Duty ist seit, seitdem ich COD spiele, seit, äh, ich glaub, die erste Release-Zeit war, glaub ich, bei mir das Modern Warfare 3, äh, dann 2011, war das 2011, glaub ich. Und seit diesem Jahr hab ich mich jedes Jahr um diese Zeit, äh, super auf das nächste Call of Duty gefreut. Und es war für mich immer so eine besondere Zeit. Und, äh, jetzt ist es einfach noch besonderer, weil man halt Content dazu macht und sich extrem drauf freut, noch tiefer in dieser ganzen COD-Welt ist. Und deswegen ist das für mich gerade einfach nur, ich freu mich einfach nur extrem. Ich mich auch, absolut. Absolut. Bin mal gespannt, in der Woche werden wir vielleicht noch einen Blog-Post kriegen. Und vielleicht können wir uns noch mal zusammensetzen, ein bisschen quatschen, bevor der eigentliche Release startet. Äh, weil wir da sicher vorher noch viele neue Informationen haben werden. Äh, ich glaub, für heute sind wir am Ende angelangt. Wir haben eine halbe Stunde gequatscht, hat mich's mega gefreut. Ich freu mich auf viele weitere Talks und Austauschmöglichkeiten, dass wir es einfach, einfach cool, dass wir uns ein bisschen austauschen können, das teilen können. Mega cool. Ja, danke, dass wir das hier machen können auf jeden Fall gemeinsam, find ich ganz toll. Ich würd mich sehr über Feedback freuen, ne? Ja, das wär natürlich sehr schön, wenn die Community sich mal äußern würde, wie sie das, wie ihnen das gefällt. Hier die Kombination zwischen uns beiden. Wir hauen alle Links unten rein, also von Maberson und von mir. Und da könnt ihr gerne Feedback da lassen, auch mal vorbeischauen auf den YouTube-Kanälen. Maberson, du machst YouTube und Twitch jetzt parallel, ne? Genau. Ich bin auf YouTube, auf Twitch, manchmal auf TikTok, manchmal nicht. Ja. Ähm, aber hauptsächlich YouTube, Twitch und, ähm, mach da mein Content hauptsächlich Call of Duty, Multiplayer-Zombies, genau. Ja. Ich mache, äh, YouTube und, äh, TikTok. Twitch lasse ich immer noch erstmal außen vor. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber, äh, ja, momentan ist bei mir die YouTube-TikTok-Kombo. Können wir's auch mal ganz so kombinieren und unsere Erfahrungen mal austauschen, was da das eine oder andere für und vor Nachteile hat, ne? Aber gut, schauen wir mal. Äh, ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle, bevor es zu lange wird. Ich sage von meiner Stelle hasta luego und hasta la vista. Macht's gut, Leute. Haut rein. Nein. Vielen Dank.